Hallo zusammen und willkommen zurück bei Blues & Bullets. Wir sind anscheinend gerade in irgendeiner Art von Trip oder Horror-Szenario. Und wir spielen plötzlich First Person. Das ist irgendwie unheimlich. Ich bin vor allem nicht mit Controller gewohnt, First Person zu spielen. Die ganzen vermissten Kinder. Hm, das kenne ich aber, das Bild hier. Das sieht aus wie die eine da aus, 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 äh, Le Miserable, glaube ich. Oder ehre ich mich gerade? Was weiß ich. Okay. Wir gehen raus. Hallo? Nur das Beste. Ich bin ein anständiger Cop. Ich liebe meinen Job und mache ihn gewissenhaft. Und da gehört Ehrlichkeit nochmal dazu. Wo sind die Cops? Ich habe keine Ahnung. Ich bin doch hier. Wanted. John Martin. Verdammter Haudegen. Haut immer wieder ab. The Untouchables Office. Wieder mal ein scheiß Wetter draußen. Aber das ist typisch hier. Ist da draußen jemand? Ich werde nicht verfolgt. Hör auf damit. Okay. Laute Abzeichen. Sie bedeuten mir nichts. Für mich zählt nur der Dank der Menschen, denen ich helfe. Jim, wo bist du? Oh. 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 Ähm, klar will ich. Alice finden. Es ist lustig. Es ist lustig. Du möchtest nicht, dass du deine Schulden zu einem 2-bit-Bee-Fu-Walks in deinem Restaurant gehen. Aber deine Freunde sind in Gefahr. Nein. Bitte, nein. Okay. Na du, sitzt nichts bequem. Willst du einen Donut? Der hatte bestimmt schon 10 Stück. Ähm. Was war das für ein Schatten gerade? Ist da ein bisschen aus wie ein Hase. Was steht hier? Interrogation Room. Okay. Dann wollen wir mal. Ähm. Ist das jetzt die, die Selbstmacht begangen? Kurz bevor wir sie retten konnten. Ich will ja. Sie haben aufgehört zu räumen. Sie sind stumm geworden. Verdammt. Alice, warte auf mich. Ich komme. Ich kann dich retten. Ach nee, das ist eine andere Polizistin. Das war zu hart auf dich. Einige Freunde, die du helfen kannst. Wie ein guter alter Kalon. Du solltest ihn 20 Jahre vorhin haben. Aber inzüglichen davon. Ich bin immer kürzlich. Ich bin ein Fähl. Ich bin ein Fähl. Nein, Alice! Das ist ein Schmerz. Es muss sein. Schöne Leute, sie sind diejenigen, die in der Körper sind. Nicht sie. Wo warst du? Dr. Dawkins in Theater 7. Delphine, nein, nicht du. Okay. Hi. Ich habe mich mit der Diner. Was bist du mit? Ah, ich verstehe. Du bist mit deinem Geheimnis. Ähm. Der Stuhl brennt. Leute. Der Stuhl brennt. Hat jemand ein Bürstchen dabei? Oh. Ich meine, das Haus brennt. Leute, das Haus brennt. Oh verdammt. Oh. Ähm. Die Krankenschwester ist wohl eine kranke Schwester. Okay. Mann, was ist das für ein Trip hier? Oh oh. Oh ja, ist das unheimlich. Was ist das da vorne? Ach so, eine Tür. Okay. Oh, Gott. Delphine. Oh. Oh, Gott. Delphine, no. Jetzt hast du nicht die Möglichkeit, um zu verabschieden zu werden. Du bist ein Fehler. Du hast nicht die Kolonien, um zu Ende des Gehen in der Kirche zu enden. Ich glaube, du kannst mit dem realen Problem. Du bist ein Fehler. Du bist ein Fehler. Du bist ein Fehler. Wie machst du das? Wie? Ich erzähle mich. Du bist ein Fehler. Das ist das Gehen, Idiot. Du bist sicher, dass dieses Gehen in deinem eigenen Weg verletzt, nicht wahr? Die. Das stimmt. Ja. Kill mich. Die. Du weißt, welches Teil von dir du bist, nicht wahr? Die. 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 Ich hoffe, der trip ist zu Ende. Die. Cool it, Mr. Ness. Alfons is taking care of that. You. You knocked me out. You betrayed me. Betrayed you? Heh. Since when would we partners? Oh, where? Is. So far. Was ist hier passiert? Das? Ich denke, es ist die Art modernen. Die Sachen sind die Pillen des Paläts von Titus Andronikus. Was? Er wird ihn töten. Ja, wahrscheinlich. Es steht hier, das ist die Shakespearean Tragedie, die mit den meisten Todes in es gibt. Talk! You bastard! Ich denke, Kapon ist Titus, und Ivankov ist Aaron, der hat den Kippen, Räpe und Mutilation von Titus' daughter, Lavinia. Was denkst du? You son of a bitch! You! Ich bin falsch! Wir können ihn nicht töten, bevor er verletzt. Ich bin sorry, buddy. Aber was wir nicht tun können, ist, um Alphonses Pläne zu interferieren. Erinnerst du, was er zu Burke gemacht hat? In 5 Minuten Zeit wird Ivankov tot, und dein liebter Alphonse will nie seine Großvatern finden. Wie dramatisch immer das Buch zuschlägt. Komm schon, du brauchst Hilfe. Al! Lass mich erklären! Ähm... Ist das dein Leibwächter? Der maskierte Typ? Oder Typ, ja. Was weiß ich, was das ist. Al! Al! Ich habe nichts gemacht! Das ist alles ein Fehler, ich versuche! Woher? Ist das sicher? Weil was ich in deinem Submarine gefunden habe, macht mich nicht anders denken. Was für dich findest du? Käfig Verzeichnis? Käfig Verzeichnis? Der Held ist voll von Kägen. Kägen, wo du die Leute gehalten hast. Alles klar, ja. Ich mache die Leute zuvor. Al! Du wirst nicht wissen, wie schwer es war, nachdem du und weg zu überleben. Santa Esperanzo ging verrückt. Die Töne, die Juden, die anderen Familien. Sie wollten alle, um deinem Empire zu zerstören. Ich musste ein Leben machen. Was für die Kinder? Was für die Kinder? Ich habe nie ein Kind gebrochen. Nie! Ach. Kleider. Container. In your Submarine, there is a container with mattresses barely a yard and a half long and drawings of kids gunning down your men. Have you seen them? Yes! For Christ's sake, yes! I traffic in children too! Fuck! I'll kill you. But I never kidnapped your granddaughter, Al. Your family is my family! Lüge! Essie. In one of the cages, we found a girl's shoe. A white ballet shoe with daisies. Son of a bitch! Let me go! Steady, Alphonse. It's a lie! It's a lie! He's a fucking cop! How can you believe him? Take it easy, Alphonse. Take it easy. I need a name. Just one name. Who asked for the girl? Who? I don't know. I truly don't know! Busapole. You're right, Nikolai. I'm a fucking cop. But despite my reputation, I'm not a good cop. Duh! And what the fuck are you going to do with me? Folterer Familie. I've spent years studying your methods. Some of the techniques you used fascinated me. Like sticking a syringe into the eyeball and gradually sucking out the fluid from inside the eye. Will you hold his head, sugar kid? With the greatest pleasure, my friend. I've never seen her. She told me to find nine kids for her. Not long after Al went into the slammer. Not just any nine kids. They were all the sons of criminals. Corrupt cops. Murderers. Rapists. A woman? She set up a meet in the caves at Rockford. In the darkness. I never saw her face. A week ago she had me meet her again. The same place. The same assignment. Just like 20 years ago. But with new kids. Including Sofia Capone. What else? That's it. There has to be more. Maybe there's someone else who does business with her. Back in the day, I had a mole working undercover with the gravedigger's men. You mean Elaine Ganela? We were all spying on each other. We had to slice up the cake that Al had left behind. A few days after the assignment, Ganela took care of the bodies of eight kids. Oh dear God, not again. Did Ganela tell you why? Elias? This son of a bitch was behind the case that ended my career 20 years ago. The missing children were murdered. Why? Tell me why you son of a bitch. Did she tell you? No. Why should she? I don't usually fraternize with the competition. That is all. I am dead. You have no idea. Oh. Verdammt. You said that. Screw everything I said. I don't know what you think I did. But I'd never do anything against you, Al. No. I can't. I can't. I can't. Anderseits. Oh man. Lower your gun, you damned untouchable. You don't have the balls to do it and you know it. Oh. There you go pussy. You don't have the guts to do shit. I don't know why I told you anything. I knew it was too much for someone like you. Er hätte so verdient gehabt. Do something. No. Please. No. What the fuck. Okay. His bodyguard. He doesn't feel pain. He's too strong. Caution. Improvise weapons. Los. Ja. Haha. Hier. Was ist nicht los. Ich glaub nicht, dass dem das irgendwas tut. Das ist ein Monster. Das ist gar kein Mensch. Ja. Ich glaub nicht, dass dem das irgendwas tut. Und? Komm schon! Komm schon! Was zum Teufel war das? Er war nicht sein Körpergeber, er war sein Verkäufer! Bis zum nächsten Mal!